Willkommen bei ProfiSnap.de Einen ganz besonderen Sessel habe ich für Sie und zwar einen kranken Sessel sowas hatten wir noch nie für Leute die eben nicht mehr laufen können für bettlägerige Menschen für alte Menschen für jeder der ein Problem hat mit dem Laufen denn dieser Sessel kann sehr viel viel mehr als man ihn mal anzieht er hat hier nicht nur ein praktisches Tablet zum Essen kann ich auch weg machen man kann auch die Armlehnen wegklappen und er hat eine wunderbare Aufstehhilfe ich zeige es Ihnen ich drücke hier auf den unteren Knopf und es passiert nichts ich drücke hier drauf und jetzt passiert was der Sessel kippt nach vorne so kann ich zum Beispiel auch einen Bettlegerigen sehr leicht von dem Sessel ins Bett befördern wenn ich ihn nebendran stelle und jetzt schiebt dieser Sessel so lange hoch bis der Weg wirklich sehr einfach ist zum Beispiel hier raus jemand ins Bett zu legen oder wenn jemand noch laufen kann aufstehen kann bis zum Aufstehen zu kommen hier geht es dann wieder retour der Sessel hat noch ein paar andere Features die ich Ihnen zeigen will natürlich hat der Sessel eine Fußstütze jetzt gehen wir erstmal zurück Geduld ist nicht meine Stärke so jetzt gehen wir hier geht der Sessel nach hinten und hier kommt die Fußstütze raus hier oben kann ich das manuell dann noch vorstellen jetzt kann ich hier nach hinten gehen und jetzt wird es für mich richtig bequem das ist aber nicht alles hier die Schnelltaste um alles zurückzustellen der Sessel kann noch folgendes mehr Sie können hier ich gehe jetzt mal in die obere Position Sie können jetzt hier dem Kranken die Fußstütze rauslassen dann kann er die Füße abstellen und man kann dann die Feststellbremse lösen und den Sessel hier mit diesem Griff ich zeige Ihnen von hinten kann man ihn wegschieben ja und somit haben Sie ein Transportmittel für den Sessel durch die Wohnung ein Relax-Sessel der Spitzenklasse wie wir ihn noch nie hatten und alles können noch für Betlägerige brauchen Sie sowas? dann habe ich es für Sie zum Schnäppchen-Pei Preis nicht 3 oder 4.000 Euro viel weniger ein Stück aus der Hausaustellung von Himmola schnappen Sie zu Tschüss